Also, wieder Slender. Haben wir ja schon mal gespielt. Aber da war ich nicht dabei. Da war ich kurz tot. Jetzt bin ich auferstanden. Es war langweilig da unten. Oder da oben. Wie auf einmal. Es ist egal. Wir fangen jetzt mal an. Auf wie die Lauf. So. So. In den Wald schätze ich. Ach, das hätte ich nicht erwartet. Schlendern. Die achte Seite. Schlendern. Oh man, das ist schon ein bisschen mehr dramatisch. Schlendern. Okay, du bist leise und ich rede. So. Suche alle. Ja komm, lass mal die Taschenlammer an. Schau mal. Das ist ja lahm. Also bei Horn ist das ja schneller. Äh, wo sprendet man? Geh mal zu dem Baum davon. Wo sprendet man? Weiß ich nicht. Du weißt, wo man sprendet. Nein, ich weiß nicht. Vielleicht doppelt. Über Minecraft. Nein. Vielleicht auch dieser? Ja. Hier, okay, ship. Nein. Der hängt an der Seite? Der hängt an der Seite? Ja. Ja, wir haben die der Seite gefunden. Komm hier, check. Ah, fucking dumm. Ein bisschen da unpraktisch. Ja. Eine Seite! Hinrennen. So, jetzt fängt gleich wieder dieses Donnern an. Oder was auch immer. Was steht da drauf? Follow. Ja. Okay, das Einsame ist auch einfacher. Oh. 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 Ich hab Schriech und Angst. Das ist. Äh. Ah, okay. Wir lassen die Taschenlimpe an. Ja, weil sonst geht ihr ja nichts. Ich würd nicht so viel drehen. Einfach mal geradeaus laufen. Der Zaun kommt dann einfach nach links. Oder nach rechts. Immer in die gleiche Richtung. So ein dicker Baum. Zaun. Nach links. Nach links. Ja. Nicht so weit. Sonst kommt das Lender. Ich krieg jetzt schon Angst. Ich hab keinen Bock, dass wir gleich verlieren. Ja, ich auch nicht. Höchste Zaun. Da ist ein Zaun. Verdammt kurzes. Ja, ne. Da wollen wir schon neu starten. Sonst. Angst hat einfach vor. Okay, wir müssen ein bisschen reden, dann du dir Angst hast. Oh, oh, oh. Brennen! Warte, wo rennt man? Oh nein. Oh nein. Alter, wie kann man so schlecht sein? Wie kann man so schlecht sein? Oh nein! Wir haben verkackt. Wir haben nicht verkackt. Wie ist jetzt? Ich weinen immer noch. Ich hab Angst! Ich auch! Jaaaa! Jaaaa! Lecker Boss! Aufzuschwinden. Was? Keine Ahnung! Ich will mich nicht umdrehen! Nein! Wir drehen uns nicht um! Alter, war das knapp! Boah, ich bin einfach die ganze Zeit gesprintet! Ein Track im Genesbuch der Rekorde für den... ... für den... ... für das knappeste Entkommen von Helden, Alter! Alter, fuck, Mann! Heilige Scheiße. Oh! Da ist's dann! Hier da hinten... ... das hängt für die rechten Seite. Es sind zwei Gastkanzeln. Drei, vier, drei... 4 5 6 7 Alter! Nein, die gehen wir nicht alle ab, weil sonst alle stund. Hübsches. Alter, mein Herz fängt schon an zu klopfen. Nee, das ist nur die Musik. Nein. Halt's Maul im Arsch! Ja, ist aber noch ganz hell. Es wird ja immer dunkler, wenn man mehr Seiten findet, ne? Keine Ahnung. Die Taschenlampe wird auch immer dunkler. Das ist nicht cool. Ja. Nein, dann sieht man nichts. Wohin ist was. Ah, das hatten die...hatte ich und meine Schwester hatten das auch schon. Schau mal, so untersucht das mal an der Seite. Ich glaube, der ist einer dran. Der gab's dann zwar auch an dem... Nein, ich häng eine. Ja, ja, zwei. Sprinten. Sprinten. Wie geht der hoch? Ja. Zwei von acht Seiten. Ja man, wir sind schon mal nicht so schlecht. Wir haben zwei Seiten. Was sind zwei Seiten? Alter, was ist da hinten? Oh ne, Alter. Ich würde nicht da liegen, das ist... Ja. Also ja. Ey das... Liebe. Das ist fast so schlimm wie die Pflanzen bei Horn. Wobei, ne, die sind echt. Oh nein. Da sind...da 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 sind wir für Zimmer gestorben. In dem Ding. Ich wette, da ist eine Seite. Ja, natürlich, das ist eine Seite. Es ging jetzt zurück. Nein, ich hab mich 180 mal gedrückt. Hast du ihn gesehen? Ne. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nicht gut. Nicht gut, gar nicht gut. Scheiße! Oh, scheiße. Siehst du was? Nein. 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 Ein Haus. Schauen wir mal, ob da einer dranhängt. Nee. Angst. Ah. Ah. Ähm. Du hast Angst. Scheiße. Da waren wir. Ja, aber ich trau mich nicht, mich umzudrehen. Nein. Bitte, wer steht jetzt da? Irgendwo steht er. Ich glaub aber nicht, dass er irgendwo steht! Fuck, man! Hehehe. Alter. Scheiße. Alter, das ist viel übler als Haunt. Dagegen ist hier Haunt ja... Kinder-Web-Ultstart. Hm. Schaut euch trotzdem an. Hahahaha. Wenn ihr mal bis hierhin geschaut habt, sagt euch, wir werden so dermaßen erschrecken, wenn wir den Spender sehen. Da... Ihr werdet von den Stühlen fliegen, wir werden auch von den Stühlen fliegen, aber ihr werdet. Nein, tun wir nicht. Hahahaha. Und aus dem... Heide, die Scheiße. Ah. Wirst du weh? Ich glaub, es sah einfach gerade aus. Wir müssen auf diesen Ton aufpassen, weil wenn wir kommen. Wir dürfen mich nicht zu sehr erschrecken. Weil das wird. Da kann eine Seite sein. Lass untersuchen wir es. Oh, mich nicht. Doch. Das ist trausendlich. Das schaffen wir. Oh, mich nicht. Die, die, die. Da hat sich ein bisschen. Schau mal, das ist keiner. Vielleicht Steuerung hackt. Bitte, äh, schau mal. Rechts. 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 Ja! Seite! Wo ist ihr hier? Dann haben wir drei. Drei Seiten sind gut. So. Oh, mach nimm's. Nein! Nein, 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 nein! Nein, lüberisch! Wo war der? Hmm... Schalzi. Drei Seiten! Fuuuuuck, man! Aber drei Seiten, Alter! Schlecht, oder? Drei Seiten! Und ne Nasehose! Jo... Ja...